Hallo Paul, mein Test des KI-Übersetzers mit Schuld und Sühne anstelle von Stolz und Vorurteil scheint klarer zu sein. Ironischerweise kam an einem außergewöhnlich heißen Abend Anfang Juli ein junger Mann aus dem Garret, in dem er in der S-Straße wohnte, langsam und zögernd auf die K-Brücke zu. Er hatte erfolgreich vermieden, seine Vermieterin auf der Treppe zu treffen. Sein Dachboden war wie ein Schrank unter dem Dach eines fünfstöckigen Hauses. Die Vermieterin, die ihm Dachboden, Dinner und Bedienstete zur Verfügung stellte, lebte eine Etage darunter, und jedes Mal, wenn er hinausging, musste er an ihrer offenen Küche vorbeigehen. Jedes Mal, wenn er vorbeikam, fühlte der junge Mann sich krank und ängstlich, finster und schämte sich. Er war hochverschuldet und ängstlich vor der Vermieterin. Nicht feige, sondern überanstrengend und gereizt, fast hypochondrisch. Kein Wunder, dass er ihr aus dem Weg ging. Kein Wunder, dass er hoffentlich über die K-Brücke hat. Kein Wunder, dass er in ihrer Kirche hat. Kein Wunder, dass er nicht so gut bin. Kein Wunder, dass er nicht so gut geht, sondern man sich nicht so gut geht. Vielen Dank.